Sag mal, wie sieht's denn hier aus? Du solltest doch sauber machen. Ist ja wohl dein Job. Ich bin nicht deine Dienstmarkt. Ich hätte dich niemals heiraten sollen. Kennen Sie das nicht auch? Sie hassen jemanden so sehr, dass Sie ihn am liebsten umbringen möchten. Sie trauen sich aber nicht? Dann rufen Sie einfach uns, denn wir machen es einfach. Huah! Wir verfügen über ein vielseitiges Repertoire an Möglichkeiten, wie wir das Objekt Ihrer Abneigung beseitigen können. Wow! Das ist ja toll! So viele Möglichkeiten! Wir garantieren echte Handarbeit. Oder wollen Sie es wie einen Unfall aussehen lassen? Kein Problem für uns. Wir bieten auch exklusiv auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Giftmischungen. Unsere professionellen Tötungsspezial-Experten sind Träger von mindestens zwei tiefschwarzen Gürteln. Wir machen es einfach. Das sagen unsere Kunden. Die alte Schnäpfe. Die hätten nie richtig den Müll trennt. Das hätte sie jetzt defu. Wenn die Schlampe mit meinem Freund rummacht, dann muss sie mit sowas rechnen. So schnell, so sauber und so präzise, ja. Das gibt es einfach nur bei den Todmachern. Danke, Todmacher! Ihr Hemislebe verändert. Wenn Sie also auch jemanden kennen, den Sie so schnell wie möglich unter die Erde bringen möchten, dann rufen Sie jetzt unter der eingeblendeten Nummer an. Die ersten zehn Anrufer bekommen ein Gratis-Ali-B. Die Todmacher. Wir machen es einfach. Die Todmacher. Bis zum nächsten Mal.